HURRA! Das hat funktioniert! Ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber jetzt, oh Gott! What? What the fuck? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Mein Home war doch da drin! Ach, Mann! Ey, das kotzt mich gerade echt an, das fuckt mich ab! Ach! Nein, Altes! Ach, Mann, ey! Meine ganzen tollen Sachen, ich hoffe, die sind gleich noch da! Wenn nicht, dann... Och! Roadkilled! Von einem Fragezeichen geroadkilled! Geil! Sieht auch nicht mehr so ganz in Ordnung aus! Ist auch leer! Ich erinnere mich! Och, Mann! Hey! Das kotzt mich gerade wirklich ohne Scheiß an! Das ist... Zum kotzen ist das! Mann, nein! Dann ist die Stadt jetzt ja auch schon wieder voll mit Zombies! Weil die ja spawnen konnten! Och, nee, ey! Ach, nö, Alter. Darauf habe ich jetzt ja gar keinen Bock. Dann bin ich jetzt auch noch komplett nackt, ne? Bloß nicht ins Inventar gucken, sonst muss ich das wieder zensieren, bevor der Jugendschutz meckert. Die Zensur war nicht gerade einfach. Ja, du scheiß Auto, ne? Jetzt stehst du schön draußen. Wartest darauf, dass dein Held kommt. Wird sich der Held direkt um dich kümmern? Ne. Ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Klamotten. Wir können jetzt natürlich erstmal nichts sehen. Na gut, immerhin... Sind meine Sachen allesamt noch da? Okay, jetzt dürft ihr ja auch wieder genug sehen. Was für ein Scheißdrück, ey. Ach, ja gut, ey. Ich bin sicher auch noch durch. Ey. Das kann jetzt ja echt nicht sein. Hallo, stirb doch. Alter. Kann sich meine Skills... Vielleicht... Klar doch, man kann ja aber auch übertreiben, ne? Ich komme mir bald hier so vor wie so ein Zombie. Ich komme mir bald hier so vor wie so ein Zombie. Ich kann einfach momentan nix anderes sagen. Einfach nix. Ich probiere mal, die da mit abzulenken. Vielleicht klappt das, vielleicht klappt das nicht. Hat geklappt. Okay. Und zwar mit einer kleinen... Äh, ich sag mal... Schwäche. Okay, wir können auch gleich wieder ohne Nachtsicht was sehen. Okay, somit dürften wir wieder ein bisschen Ruhe haben. Alter. Ich mache die hier erst mal tot. Am besten mal noch die nächsten. Okay, das war ghfen,- äh. Okay. 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 Da. Okay. Okay. Ba-AT? Fricks Ding ey Da hat es mich gerade einfach totgefahren Und so können wir auch ganz schnell aufs Dach Mach hier den Boden nochmal weg ey Hier auch Den Pillar Den mach ich auch mal weg Schade, dass man die Sachen nicht wiederkriegt Zumindest die Rohmaterialien dafür Okay, jetzt könnt ihr hoffentlich wieder was sehen Wenn nicht, Pech Ach man Na gut, ich probiere gleich auf jeden Fall nochmal was anderes aufzunehmen Damit ein bisschen mehr Abwechslung auf meinem Kanal herrscht Wenn nur unturned Ich mein, die Evi kommt ja heute auch noch Was labere ich denn? Die kam schon vor langer Zeit Ich hab das heute am selben Tag aufgenommen Und das hier ist jetzt der Jetzt ist der Nein, Moment Ich glaub 15. Part Unturned Und jetzt muss ich noch 10, 11 und 12 rendern Und diese drei Die anderen sind schon alle fertig gerendert Und werden nach der Nachnachzeit alle freigeschaltet Auf YouTube Immer um 14.30 Uhr Jeden Tag Und dann nehme ich gleich halt noch was anderes auf Sodass nicht jeden Tag unturned kommt Sodass ich dann halt montags unturned Dienstags etwas anderes Mittwochs unturned Donnerstags etwas anderes Freitags unturned Und Samstag, Sonntags Hab ich frei So wie momentan in den Ferien Also dann Craft Maple Floor Bitte Maple Floor Natürlich ist er jetzt Auf dem Boden Komm ich da dran Ja Komm ich Okay Okay Der hat hier gerade dran gesnappt, oder? Ja, der snapped da dran Ich möchte ihn hier allerdings nicht dran snippen, sondern Selber Platzieren So ungefähr Gut Dann kommt hier einer hin Da Dann hier an der Ecke von dem Irgendwo So dann Noch ein paar Minuten Kann ich auch Komm her Ich mach dich kaputt Da wollte er seine Ladung, nachdem ich Angedeutet habe, ihn zu schlagen Klar Mäpel Floor, Mäpel Floor Oh Mäpel, 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 Schor Mäpel, Schor Oh Mäpel Okay Wir wollen ja keinen Copyright Strike Und das Schlimme ist ja, ich kenne das Sonntagsprogramm von YouTube und ich lade einfach nicht zum Sonntag hoch. Ja, ich bin selbst überzeugt, dass ich es gut mache. Na gut, irgendwer muss ja davon überzeugt sein. Kraft. Den hier bitte. Danke. Na, ich schaffe mir noch einen zweiten. Dann muss ich ja noch einen dritten haben. Ne, warte, ich probiere mal was. Ich kriege das Lied jetzt einfach nicht aus dem Kopf. Wisst ihr was, wir machen jetzt noch die zwei Pillar fertig. Und dann gucken wir weiter. Ich hatte doch... Kraft und Pillar. Also wir machen jetzt noch die zwei Pillar dran. Dann versuchen wir irgendwie noch ein Dach zu kriegen. Dürfte irgendwie hinhauen. Bedenke ich. Inventory. Inventory. Können wir da auch einen Ruf einfach hin machen. Dann haben wir nämlich einen sehr guten Ruf. Ah, der war ja lustig. Ach Gott, die Zeit drängt. Die Zeit. Was? Auf jeden Fall drängt die Zeit, wollte ich nochmal ihm sagen. Na komm, hau ab, hau. Nein. Ab. Nein. Na, einfach. Danke. Eins. Zwei. Drei. Merken, hier oben ist mehr. Ruf, ruf, ruf. Na, scheiße. Das schaffen wir nicht mehr perfekt zum Ende. Okay. Dann mache ich halt noch... Nein. Ich mache keine Viertelstunde länger. Was ich mache ist, ich mache dann ein Ende, wenn ich das Ruf... den Ruf da drauf gepackt habe. Falls das so klappt, wie es jetzt ist. Missing Floor. Killing Floor. Zwei. Jetzt kaufen. Natürlich klappt das nicht. Okay. Dann... Würde ich sagen... War's das. Für diese Session. Und... Dann bis zur nächsten, ne? Ich würde sagen, dass wir in der nächsten dann halt das hier fertig machen und... Uns ein bisschen Munition klauen bei der Military Base, weil wir haben nur noch... einen Schuss. Auf jeden Fall bis dahin. Tschüss.